Nun aber schnell ich aus diesem Teil des Gartens heraus. Ihr Frauen, zurück in den Palast. Blondchen, du raffst das Nötigste zusammen. Ich hole eine Leiter, lege sie an euren Balkon an und sobald ihr mich ein Ständchen singen hört, da ist die Luft rein. Ihr kommt dann getrost über die Leiter herunter und Don Belmonte entführt uns alle auf sein Schiff. Wunderbar! So, gnädigster Herr, Sie verstecken sich in der Nähe des Balkons im Gebüsch und ich hole vorsichtig die Leiter.